Hey Leute, es ist soweit. In ungefähr 15 Minuten wird der Würfel Loot Lake erreichen. Boah, ich bin mega gehypt, Leute. Ja, ich bin in einem Server. Ich habe mir schon angefangen, Sorgen zu machen, dass ich überhaupt in keinen Server komme. Denn Billionen von Leuten sind jetzt da. Und ihr fragt euch vielleicht, warum ich mit dem Driftskin unterwegs bin. Naja, mit ihm hat alles angefangen. Deswegen wird mein Driftskin der sein, der auch alles beendet. Okay, 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 okay. Ich hoffe nur, der finale Kass ist irgendwo dort in der Nähe, Leute. Natürlich ist er nicht. Seid ihr auch gehypt, Leute? Leute, klopft mir. Danke. Ich bin der. Es wird üppisch, Leute. Timers, Kumpel, dann sind wir zusammen. Ja, fast. Okay, Kupel, das können wir timen. Ja, so geht das. Easy. Easy. Z. Z. Ha, ha, ha. Okay, Leute, so bleiben wir jetzt mal bis der Würfel sich bei Bivy, Jungs. Obwohl, ich werde wieder Smatch verlassen. Her, her, her. Okay, Leute, noch eine Sache. Du bist der Hammer. Und auf Wiedersehen. Wie er wahrscheinlich reagiert hat, ne? So, der Grund, warum ich überhaupt, ähm, gegangen bin, ist, dass ich, ähm, sicher gehen wollte, dass der Sturm auch keine Scheiße baut. Ich jetzt hoffe ich bloß, dass die Idioten hier keine Scheiße bauen. Von der, vom anderen Team. Und, ja, heute wird noch ein, äh, Faktionsvideo von Miraculous Ladybug, komm. Ah, kann ich dich nicht stumm stellen, Junge. Jedenfalls, äh, wenn Disney jetzt nicht sperrt. Oh, wir haben gute Vorteile. Ja. Jedenfalls, wenn es nicht sperrt, dann werdet ihr jetzt in der Infokarte hier, äh, dazu, ah, no, 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 no. Schadda. Wui. Und wenn nix stunden, halt, ja, Ja, findet ihr eine Infokarte, wo steht, sorry, leider nicht. Hi! Boah, danke! Ja, die Events, das ist ein Moment, wo immer alles aus Freude und Frieden besteht. Du bist der Hammer, Junge! Okay, Junge, runter! Okay, warte, kann ich dich irgendwie stumm stellen? Danke! Oh, danke, dass ihr ihn zum Verstumm... Verstumm... Verstumm gebracht habt. Hm, na, was meinst du? Was wird das Event sein? In zwei Minuten geht's los, Heidewitzke, Herr Kapitän! Wir müssen Ressourcen sammeln. Ich werde nicht zulassen, dass du Fortnite zerstörst! Hey! Hi, Leute! Los geht's, Jungs! Oh, oh! Vorsichtshalber, für den Fall der Fälle! Du magst den Wischer, Junge? Ich auch! Ähm, warte, wo ist er? Timing perfekt, Junge! Ähm, ich bin gespannt, Boys! Noch eine Minute und 43 Sekunden nach meiner Uhr! Äh! Nein! Nicht beschissen! Hm? You guys! Boah, hier geht die ja richtig! Die Party ja, Boys! Boys, ich will auch mitmachen! Oh nein! Nein! Jungs, chillt mal! Ich bin ein freundlicher YouTuber! Ey, verschießt mich ja nicht, Junge! Okay? Okay, es ist gleich soweit, Jungs! Ah! Es hat sich bewegt! Nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Oh, was passiert da? Jungs! Jungs! Chillt! Chillt! Kommt schon! Nein! Ihr seid... Verdammt nochmal doof, ey! Was passiert denn jetzt? Jungs! Oh, no! Oh, mein Gott, Leute! Der... Oh, mein Gott! Der Würfel verschmilzt! Der Würfel verschmilzt, Jungs! 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 Krasse Scheiße, Jungs! Und Mädels! Der Würfel! Der verschmilzt einfach! Was hast du mit Blutleck gemacht, du Spinner, ey! Okay. Wir sind die mutigen Vier! Wir trauen uns, es zu berühren! Ist das giftig? What the fuck? Das ist ein Lama einfach! Ja, ja, ja! Okay, Leute! Okay, Leute! Okay, 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 okay! Ich brauche eine Gäste! Oh, da! Irgendwas zum Wehren für den Fall der Fälle, dass die hier jetzt wieder... Oh, mein Gott! Würfel, was hast du mit... Oh, yay! Wui! Haha! Mein Lama! Meins! Zack, Zack! Auf! Ja! Nein! Ha! Gadi! Rift! Ey, das war meiner! Junge, junge, watten datten jetzt? Aber ich krieg kein Schild mehr! Hui! Jungs! Kiste! Nein! No! Oh, Mann! Wenn der... Oh, mein Gott! Wie ich hier rumfliege, ey! Junge! Oh, mein Gott! Wie schnell das geht! Warte, mach mal mal kurz Teamwechsel! Sieht das krass aus, Leute! Schaut euch das mal an! Oh, mein Gott! Ich hab' ja zwar nicht genau gesehen, was da passiert ist, aber ich hab' in nem Livestream gerade, den ich nebenbei her verfolgt habe, gesehen, was da passiert! Oh, mein Gott, um Gottes Willen, ey! Wat für'n krasser Scheiß! Okay, Leute, ihr müsst leider sterben! Das verlangt die YouTube-Komödie... Komödie! Dieser literacy-Kontest sind nicht damit, bis hin oder nie! Ich habe ja zu ver kingdom день, S кон planning石 highway! Washt's ab, guys? Sieht das ja ihre Ontario-Felden Sieht-Kommel! burnt rum, Wassalamuglands eingel Behörst dich! Bitte nix an, Leute. Gut, boys. Da geh ich mal. Wir sehen. Bye. Oder doch nicht. Oder vielleicht doch nicht. Ey. Yo, Digga. Was geht? Ey. Bye. Ich bin da weg. Also, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal sehen, was dieser Bounce Lake, äh, ein Bounce Lake jetzt, äh, so zu bieten hat. Mal sehen. Ne, er heißt immer noch Blut Lake, schade. Bye. Jetzt geht's Nadja. Bye. 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 Vielen Dank.